herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch gibrael und iblis von samra alle weiteren informationen zu diesem album und der tracklist sowie natürlich auch die links zum album findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung gibrael und iblis von samra das ganze im april 2020 erschienen wir haben hier mal wieder ein album aus dem bereich deutschrap jawohl es ist das debüt album von samra über urban erschienen wir haben hier ein super tool case auf dem cover gibt es den schriftzug einmal etwas verschnörselt so ja richtung arabisch und dann einmal darunter etwas besser zu lesen darüber das schriftzug und dann haben wir hier noch rauchschwaden die hier aufsteigen seitlich ist das ganze beschriftet und auf der rückseite haben wir die tracklist 22 tracks an der zahl features sind mit dabei von capital bra capital bra capital bra und elif also vier features wobei drei davon ident nämlich capital sind infos und barcode rauchen der samra natürlich auch und dann schauen wir mal rein ein blick ins buckele so das kennen wir dann geht es hier los farbige bilder und die songs einzeln hier aufgelistet zigarette natürlich immer am start und das war's auch schon also sehr wenig informationen also die tracklist klar aber sonst keine weiteren angaben hier im buckele dann haben wir auf der cd samra mit seiner dior jacke abgebildet in schwarz weiß und dahinter nochmal mit zigarette gut das war's soweit mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr samra und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt euch auf